Das große Barbecue ist zu Ende. Der Grill blitzblank geputzt, Handtuch und Flagge akkurat gebügelt und gefaltet, die leeren Dosen eingesammelt, die restlichen Brötchen und Chips dazugestellt, Abfalleimer daneben. Wo Marlboro draufsteht, da sind der Cowboy und sein Pferd nicht weit und mit ihm der uramerikanische Traum von Freiheit und unbegrenzten Möglichkeiten. Alles in Ordnung also in diesem Land? Wir sind im Jahr 1989. Katie Noland hat die Alltagsgegenstände offensichtlich akribisch gesäubert und zu einem ordentlichen Stillleben arrangiert. Alles scheint an seinem Platz, aufgeräumt, eingezäunt. Doch je länger man die Installation betrachtet, umso stärker wächst das Unbehagen. Die Szene wirkt leblos, die Gegenstände und ihre Anordnung kalt und abweisend. Die Symbole des American Way of Life sind ihrer Funktion beraubt. Auf Rollwagen gelegt, über Absperrgitter gehängt, mit Ketten und Handschellen festgezurrt. So offenbaren sie ihre dunkle Seite und scheinen von den Kräften in der Gesellschaft zu erzählen, die Gewalt und Rassismus verherrlichen, für das Recht jedes Bürgers auf Bewaffnung kämpfen, sich gegen Andersdenkende abgrenzen. In diesem Umfeld werden Verlierer verachtet und die Schwachen und Gebrechlichen stehen im Abseits. Empathielos wie ein Psychopath, so beschrieb Katie Noland die amerikanische Gesellschaft im Jahr 1987. Da war sie gerade 31 Jahre alt. Sie wollte zeigen, wie stark Gegenstände, Filme und Bilder auf eine Gesellschaft wirken. Sie würden, da war sie sich sicher, Aggression und Gewalt nicht nur abbilden, sondern in das Unterbewusstsein einer ganzen Gesellschaft einpflanzen. in diesem Umfeld wiederholfen Sie mit einer Karange, mit einer Fußgange und Gewalt nicht nur abbilden, in diesem Umfeld, da war sie auch nicht nur abbildern,